Wie ist ein einheitlicher Gewerbebetrieb vor, wenn ein Unternehmer mehrere Geschäftsfelder betreibt? Um diese Frage ging es in einem Verfahren vor dem FG Münster. Der Kläger war Inhaber eines Bowling-Centers und einer Spielhalle. Die Geschäfte betrieb er in zwei nebeneinander liegenden Gebäuden auf einem rund 3.300 Quadratmeter großen Grundstück. Mit dem Bowling-Center machte er Gewinne, mit der Spielhalle Verluste. Beim Finanzamt gab er lediglich eine Gewerbesteuererklärung ab. Darin verrechnete er seine Gewinne und Verluste. Ein Betriebsprüfer sah sich die Geschäftsfelder genauer an. Er kam zum Ergebnis, dass es sich bei dem Bowling-Center und der Spielhalle um zwei Gewerbebetriebe handelte. Also er ließ er für jeden Betrieb eigene Gewerbesteuermessbescheide. Beim Bowling-Center legte er den jeweiligen Gewinn zugrunde, bei der Spielhalle setzte er die Messbeträge auf Null fest. Dagegen wandte sich der Kläger. Er war der Meinung, dass er insgesamt nur einen Betrieb habe, weil Bowling-Center und Spielhalle als Einheit zu betrachten seien. Doch das FG widersprach. Wenn ein Unternehmer unterschiedliche Tätigkeiten ausübt, ist grundsätzlich von mehreren Betrieben auszugehen. Diese können nach den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien nur eine Einheit bilden, wenn sie finanziell, organisatorisch und wirtschaftlich zusammenhängen. Doch diese Voraussetzungen sah das Gericht im Fall des Klägers als nicht erfüllt an. So führte dieser für das Bowling-Center und die Spielhalle jeweils getrennt Bücher und unterhielt eigene Bankkonten. Es fehlte also an einem finanziellen Zusammenhang. Auch organisatorisch waren beide Betriebe getrennt. Nur einen Techniker setzte der Inhaber in beiden Bereichen ein. Im Übrigen waren bei der Spielhalle und dem Center jeweils eigene Mitarbeiter beschäftigt. Auch einen wirtschaftlichen Zusammenhang verneinte das Gericht. Denn es war durchaus möglich, beide Geschäftsfelder auch eigenständig zu betreiben. Die Klage des Unternehmers auf Anerkennung eines einheitlichen Betriebs wies das Gericht daher ab. Unternehmers auf Anerkennung eines ersten paar Dreibekämp users convertedmarkt. Dann kann es laut sagen. Vielen Dank.